so hallo meine lieben switkas hier herzlich willkommen zur nächsten folge salon da und wir sind halt dabei hier vorräte für die gemeinde zu sammeln zum einen sollten wir brennstoff 1,5 liter jetzt ist der ganze kanister weg hätte ich vorher meine lampe noch mal aufgefüllt verdammte bretter meierei so aber wenn es wie ist wie bei den anderen dann komme ich an diese vorräte wieder ran sobald ich das hier alles freigeschaltet habe so das haben wir auch und dann fehlen uns nur die verbände so dann gehen wir aber kurz hier noch mal her zweimal kohle noch wegpacken ein buch zum anzünden so ist eigentlich ganz gut und zurück so dann lass uns mal eben nee warte mal wo war denn das hier lassen uns mal eben was essen nein wirklich denn hier so was muss jetzt erst jetzt weg hier dose sardinen kommen erst auf das ding das war lecker und dann hier noch den riegel so du bist satt so dann trinken wir noch wasser hier schön sehr gut so dann stellen wir uns mal hier ans licht und dann gehen wir hier hin und sagen ich hätte gern verband herstellen einmal noch mal und noch mal und noch mal moment aus ein stoff mache ich zwei verbände heute gar nicht so viel oder zeig mir her verbände zwölf die haben wir jetzt richtig abgesahnt hier so hatte dann gucken wir gleich noch mal da müssen wir natürlich nicht zwölfe mitnehmen zähne reichen frische rehaut schleppe ich auch noch mit nein oh fuck die muss ich jetzt zum trocknen rauslegen krähen fieder die nehmen erstmal alle weg und stoff 13 so dann gehen wir hier mal noch mal und legen die rehaut weg damit die trocknen kann so dann schauen wir hier gleich noch mal was haben wir hier zu viel ach so habe ich denn hier habe ich noch einen witz stein ich habe zwei messer okay dann pack mal eins weg wir müssen nicht zwei mit schleppen leere dose reichen auch zwei so dann haben wir hier lampen öl das kann ich noch auffüllen schusswachen putzt habe ich fertig geputzt kann auch erstmal weg damit wir hier noch ein bisschen gewicht verlieren so signal pistole die habe ich bei aber mit drei reicht hin und hiervon kann einer wieder weg so moment aktion auffüllen ja das kann man auch schnell machen kein lampenöl verfügbar jup metallschrott zum reparieren das könnten wir mal noch schnell machen habe ich hier metallschrott habe ich nein nicht bad pflichten metallschrott den ja so dazu gehen wir aber hier ins licht so dann bitte warum geht das nicht benötigt einfaches werkzeug ok ähm ich habe qualitätswerkzeug geht das auch geht auch und die stehen nicht im lichten hoffentlich geht das gut jawohl jawohl so wir haben die lampe auf 98 prozent repariert das ist gut so dann äh das werkzeug mal wieder weg so immer noch 27,5 kilo warum schleppe ich denn so furchtbar schweres naja gut ich habe auch noch die axt dabei achso die wollte ich übrigens noch verbessern jetzt stein äh aktion schärf das ding mal und nochmal so wie weit ist die 63 ja los komm die messer waren bei 78 70 so haben wir den wettstein auch kaputt gemacht dann legen wir den auch wieder ab so und jetzt können wir hier noch die verbände reinlegen wo sind sie wo sind sie wieso habe ich denn jetzt davon nur zwei habe ich die in die kiste gelegt oder was Moment habe ich die verbinden hier nicht ja habe ich ja habe ich wie viel brauchten wir achte ne achte achte so zack verbände achte gut gut speichervorgang habe ich so lege vorräte habe ich getan und jetzt wie ne was jetzt du musst du mir doch sagen wie es weiter geht ach ach so suche die vermissten überlebenden und bringe sie zurück ach du scheiße ah ok ja gut das müssen wir dann auch noch machen aber morgen denn dann können wir auch an der kirche vorbeigehen das ist ja neuer tag ähm halt hier ess mal irgendwas hier was muss weg das hier essen alles satt trinken jawoll wir haben immer noch drei Liter Wasser dabei das ist ok so dann ruhen wir uns aus bis morgen schlafen schlafen gute nacht ja so der tag beginnt ähm hier essen ein bisschen was na der war fast alle und trinken und trinken was so was habe ich denn jetzt noch ich habe zu essen das hier da sind noch 57 kalorien und das da sind 600 drinnen und das also habe ich 1000 dabei das reicht und hier habe ich ja auch noch Zeugs alles gut wir sind gut ausgerüstet so dann gucken wir mal auf die map hier ist ein vermisster wieder da oben und da so die frage ist holen wir erstmal die weg die weit weg sind wahrscheinlich das macht wahrscheinlich am meisten sinn das ist aber noch dunkel nee komm das ist mir dann noch zu dunkel da warten wir noch eine Stunde okay schlafen wir mal eine stunde na na so sieht das jetzt schon besser aus hier draußen ja so kann man loslegen so welcher ist jetzt der am weitesten entfernte der ist dicht der ist dicht das ist der der am weitesten weg ist dazu müssen wir ich würde hier die straße nehmen und dann hier hoch gehen das erscheint mir doch am sinnvollsten okay so dann mal los und pack mal die waffe weg solange wir sie nicht brauchen nicht dass ich sie aus versehen wieder abfeuern ihr kennt ja mein talent ach schön die schneeflocken hier also da das sieht schon schön aus dass sie dann einfach hier in der straße versinken naja aber so schön so dann haben wir also erstmal wieder ein bisschen zu laufen aber das kriegen wir schon hin mal gucken wie lange wir am tag brauchen vielleicht kriegen wir die leute alle mit einmal nach hause tragen vielleicht müssen wir auch gar nicht alle tragen bei manchen ist vielleicht auch nur dass wir sie finden sag ich mal das wissen wir jetzt noch nicht so was ist denn das da das ist nur ein Ast oder ja so aber hier diese straßen beleuchtung da das finde ich echt niedlich ach so ich wollte noch zur kirche da müssen wir auch einen rückweg machen obwohl wenn wir den einen da im Norden holen dann kommen wir quasi an der kirche vorbei da hinten für den Turm oder das sieht aus wie ein Funkturm oder sowas jetzt hinter dem Felsen da genau geradezu so wo sind wir jetzt wir sind jetzt da wir müssen noch bis zur nächsten Brücke ja ja dummdi dumm oh hier wird gespeichert nicht so hoch gehen dann verstauchen wir uns den Knöchel so hier rechts ist jetzt die Farm wo sich beim ersten Mal so viele Wölfe rumgetrieben haben wo sich beim ersten Mal so viele Wölfe rumgetrieben haben aber jetzt scheint es hier relativ ruhig zu sein so die Autos am Straßenrand hier die hatten wir alle schon überprüft ja ist jetzt wieder halt so ein bisschen laufen ne und apropos laufen wir können es jetzt versuchen mal einen Ticken zu beschleunigen komisch dass da die Temperatur besonders doll runter geht oder? ne bleibt zu hoch wenn wir langsam gehen so da hinten ist schon die zweite Brücke und kurz danach müssen wir schon rechts abbiegen da sind Rehe da sind Rehe ja da hinten diese Hütte na los komm damit wir hier nicht nur im Rennen sind komm wir laufen da mal hin mag das schon? das ist ja ja keine Richtung achso wenn ich da drin bin sollte ich mit der Leuchtpistole schießen okay aber den suchen wir hier noch gar nicht doch hier war ich schon hier haben wir nämlich ja jetzt erinnere ich mich wir sind da von der Brücke gekommen gut alles klar ja Entschuldigung bin ich ein bisschen extra weg gelaufen da hängt nämlich der fetzten Stoff da an dem Busch alles klar ja und den hatten wir hier nämlich gefunden da sind noch Lackbohlinge nehmen wir kurz mit so zack und dann rechts da wo wir gestartet sind äh an Mollis Haus ne ups Entschuldigung jetzt habe ich hier ein bisschen die Maus verwackelt dann kommt au bis 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 So, dann lassen wir jetzt hier rüber gucken. So, das hier war diese Schneeleine, damit man auch am Sturm sich zurechtfindet. Hm, diese Bäume sehen hier auch ein bisschen komisch aus. So, so, alles ruhig. Hatte ich mir das Auto hier angeguckt? Das können wir jetzt schneller machen. Nee, habe ich mir noch nicht angeguckt. Der Kofferraum ist leer. Hinten liegt auch nichts. Oh, ein Riegel. Und das war's. Na, immerhin. So, wir müssen jetzt noch ein bisschen nach Norden weitergehen. Also ungefähr in die Richtung. So, gleich sind wir in dem Kreis der vermissten Person, also da, wo sie vermutet wird. Nehmen wir dann nochmal die Anzeige oder mussten wir uns das so merken? Ich gehe mal da bis auf den Berg hoch, würde ich sagen. Hier, diesen Hügel. So, wie sieht's aus? Na dann los. Und jetzt? Hä, wo? Na dann los. Dann gehen wir da mal hin. Der hat uns gesehen. Ist ja geil. So, wir wollen ja nicht den falschen Eindruck erwecken. Wir kommen natürlich in friedlicher Mission. Also packen wir die Knifte erstmal weg. Sehe ich denn das jetzt? Nee. Ist ja irgendwo hier hinterm Berg. Naja, ist ja gut hier. Hör auf zu jaulen. Da. Nu, wo bist du? Wo denn? Hallo? Wo ist der? Oder muss ich jetzt nochmal schießen? Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Wo ist einer? Wohin? Da. Hier auf dem Berg? Oder wo bist du? Ich höre. Oder? Da. Nee. Ich dachte, hier liegt einer. Ich hab das Ding als... Fuck. Boah, ist das ein Scheiß. Ja, ich höre dich, aber wo bist du? Ja, ja. Ja, ja. Ich find... Ja, Moment. Ach, schon wieder die Mausfarbe geht. Entschuldigung, ich wollte mich gerade nur mal... Oh, jetzt wird ich speichert. Jetzt kommt hier noch das Scheißwetter. Aber den blöden Berg? Doch, hier komme ich ihn hoch. Aber... Alter. Wo ist denn der Typ? Da ist er. Da ist er. Okay. Komme ich hier den Berg wieder runter? Nee. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Lirum, larum. So, jetzt hier steckt die Waffe weg. Ja. Ich bin doch schon auf dem Weg. Und du hast da ein Feuer. Dann nehmen wir gleich noch ein Stückchen mit. Und noch ein Stückchen. Und noch ein Stückchen. Kannst du da ein bisschen Brennstoff nachlegen müssen auf die Schnelle? Oh, da ist er. Lagerfeuer. Hier ist es zu windig für das Feuer. Okay, brauchen wir nicht. So, wait. Äh, wie geht's dir denn? So, wait braucht nur Wasser. Dann los. Dann trink erst mal hier einen halben Liter von mir weg. Sehr schön. So, dann. Die hast du selber ausgesotten. Schmerzmittel. Das nehme ich erst mal mit. Das brauchst du ja gerade nicht. Und deine Signalpatrone nehme ich auch mit. So, dann müssen wir dich bloß an nach Hause bringen. Nee, warte mal. Eigentlich ist das doof. Leg dich mal kurz hin. Ich muss mich auch erst mal ein bisschen aufwärmen. Und wir nutzen mal die Gelegenheit und machen hier noch einen halben Liter Wasser, den er uns gerade weggesoffen hat. Oder einen ganzen Liter. Dann haben wir nämlich gleich ein bisschen Zeit hier im Lagerfeuer zu verbringen. Und dann wärmen wir uns auch auf. Und in der Zwischenzeit legen wir hier die drei Stöcke wieder ab. Die müssen wir nicht mit uns rumschleppen. So, wo geht's dir? 49 Prozent. Hier geht's auch langsam wieder besser. So, wie geht's meinen Klamotten? Ist da alles in Ordnung? Na, wird nass natürlich, ne? Ach, scheiße. Siehst du, ich wollte doch hier noch nach einem anderen Anorak gucken. Winterjacke. Winddicht. Aber nicht gut isoliert. Aber macht alles besser als das Ding, was ich gerade trage. Dann ziehen wir das Ding mal an. Hose. Habe ich keine Alternative? Singt das hier, wenn wir am Feuer stehen? Hm, da passiert gar nichts, oder? Was macht unser Wasser hier? 17 Minuten bis zum Siedepunkt. Wir wärmen auch langsam wieder auf. Ah, schön. Leider hat das kleine Lagerfeuer nur zwei Kumpelplätze. Sonst könnten wir uns noch einen heißen Kappi machen. Können wir uns trotzdem noch schnell machen. Der gute Mann hat ja hier so ein Endlosfeuer. Wir haben doch einen Kaffee bestimmt dabei, oder? Der macht doch auch nochmal schön warm, wenn wir den als heiß Getränk trinken. So, das Wasser ist gleich fertig. So, das Wasser ist gleich fertig. so und ist jetzt hier 30 minuten so sehr schön so wenn ich jetzt hier noch mal das kaffee wähle so den immer mit dann lass uns noch einen schönen heißen kaffee machen und dann reiten wir los wo ich hätte kräutertee vielleicht nehmen sollen weil da habe ich noch welchen im gemeindezentrum aber nicht so schlimm sagt die uhr mittags naja wir kommen noch nach hause und können dann noch in die kirche gucken heute und dann gehen wir morgen den nächsten retten so dann los hier tasse kaffee trinken ja guck mal wie schön die war macht geil sehr schön so das müssen wir dann aber wirklich in der nächsten folge machen weil wir haben schon wieder eine halbe stunde es tut mir leid dass nicht schneller vorangeht aber trotzdem danke für die aufmerksamkeit bis zum nächsten mal ahoi und ciao ciao